Bomben im Kopf und Familienaufstellung mit Notarzteinsatz. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Schwem und ich bin Selbstbewusstseinstrainer seit 1997. In diesem Livestream möchte ich dir von einem sehr ausgefallenen, von einem sehr abgefahrenen Erlebnis in meiner Coaching- bzw. Familienaufstellungspraxis erzählen. Eine Klientin meldete sich an zu einer Familienaufstellung wegen ihrer Dauermigräne. Soweit nichts Besonderes. Als sie dann vor Ort war, also im Regelfall gehen die Veranstaltungen bei mir freitags abends los, so auch diese, und freitags abends erzählte sie dann eben, seit sie sich erinnern kann, hatte sie Migräne, ihre Mutter hatte Migräne, ihre Großmutter hatte Migräne, sozusagen ganz normal. Und damals hatte ich schon Gästezimmer im Seminarbereich. Das war noch nicht dieses Seminarzentrum hier, sondern die vorvorhergehenden Seminarräume. Dort waren alle Räume auf einer Ebene, Seminarraum, Gästezimmer und so weiter. Und am Samstag früh, als der zweite Seminartag begann, rief mich eine Teilnehmerin ganz panisch, ich solle mal ganz schnell kommen. Ja, und dann lag diese Frau, die wegen der Migräne kam, im Bett. Der Kreislauf war total im Keller. Sie hatte sich mehrfach übergeben und sie hatte schlimmste Migräne. Und ich selbst habe ja über zehn Jahre Rettungsdiensterfahrung, habe kurz den Puls getastet, habe gemerkt, ihr Blutdruck ist total im Keller. Und sie hat gesagt, sie braucht dringend ein bestimmtes Schmerzmedikament. Und damit war mir klar, ich alarmiere den Rettungsdienst und sorge dafür, dass der Notarzt gleich mitkommt. Denn der normale Rettungsdienst darf keine Medikamente verabreichen, das darf nur der Arzt. Ja, und ich blieb natürlich bei dieser Teilnehmerin. Und der Notarzt kam und diese Frau hat an dem Notarzt gesagt, auf was für Medikamente sie positiv anspricht. Der Notarzt hat sie ihr verabreicht und es ging ihr nach relativ kurzer Zeit besser. Sie musste nicht mit ins Krankenhaus, sondern sie konnte in Absprache mit mir dann auch bleiben. Und für mich war dann sofort eine Frage präsent in mir, eine innere Frage. Und zwar die Frage, ob das mit einem sogenannten psychologischen Spiel einhergeht. Ein psychologisches Spiel ist alles andere als harmlos. Das ist ein Konzept, was auf Erik Börn zurückgeht, den Begründer der Transaktionsanalyse. Das möchte ich jetzt hier an dieser Stelle aber nicht weiter vertiefen. Da werde ich mal ein eigenständiges Video daraus machen. Jedenfalls, so die Daumenregel lautet, in dem Maße, wie ein psychologisches Spiel damit einhergeht, ist es, wie soll ich sagen, es ist ganz wichtig, dass, wenn dem so ist, man das abstellt, weil man nur dann mit dem Klienten vernünftig arbeiten kann. Das ist aber auch eher so eine Randbemerkung. Jedenfalls war ich mir relativ sicher, dass ich mit dieser Klientin an diesem Wochenende nicht mehr arbeiten kann. Und das Überraschende geschah. Samstags ging es ja immer besser und Sonntagsfrüh war sie wieder ganz normal aufgestellt, war wieder voll da. Und sie hat mir vergewissert, hat mich vergewissert, hat mich, ja wie auch immer, dass sie sich fit fühlt. Das war auch mein Eindruck. Und dann habe ich ihr an diesem Tag eine Familienaufstellung gemacht. Was das ist, da werde ich mal in einem separaten Video drauf eingehen. Jedenfalls hat sie mir ein paar Wochen später total begeistert berichtet, das Thema Migräne ist für sie ade. Sie hatte noch ein-, zweimal leichtere Migräne, aber bei weitem nicht mehr so schlimm. Und sie war wochenlang dann symptomfrei. Ungefähr ein Jahr später kam ein Mann und er hat sich dann als Lebensgefährte von ihr vorgestellt. Und motiviert, inspiriert, neugierig durch ihre umwerfenden Erfolge, durch eine einzige Wochenendteilnahme, kam er dann, hat sich sein Thema bearbeiten lassen. Das Thema habe ich jetzt gar nicht mehr in Erinnerung. Und ungefähr ein Jahr später kam dieselbe Frau wieder. Und als es dann freitags abends darum ging, einfach so grob in die Teilnehmerrunde von maximal zwölf Teilnehmern zu kommunizieren, was das eigene Thema ist, sagte sie und ich dachte jetzt kommt irgendwie der absolute, wie soll ich sagen, ähm, Ultra-Hammer, aber ja. Und sie sagte dann, dass das, was sie uns jetzt erzählt, sie bisher nur ganz wenigen Menschen anvertraut hat. Und ich habe mit allem Möglichen gerechnet, aber nicht mit dem, was dann kam. Und sie sagte dann, ähm, es ist in ihrem Leben so, dass wenn sie in einen Raum geht, in dem etwas von der Decke hängt, zum Beispiel eine Lampe, dass ihr das eine panische Angst macht. Und dass sie sich aber sicher ist, dass das keine Panik ist, die sie sich in diesem Leben irgendwie eingefangen hat. Und zum damaligen Zeitpunkt, da waren so diese Sessel ihnen, ich weiß nicht, ob Sessel der richtige Begriff ist, jedenfalls, ich sage mal, Hängematte-Sessel, also die man an die Decke hing und die dann logischerweise eben auch von der Decke runter hingen. Und sie sagte, all ihre engeren Freunde und Bekannte, die wissen eben von dem Problem bei ihr und die haben dann im Laufe der Zeit einfach dafür gesorgt, dass der oder die Räume, in denen sie dann gegebenenfalls dort unterwegs ist, frei von herunterhängenden Gegenständen, also von Lampen und so weiter sind. Und im Regelfall ist es so, wenn ich dann mit einem Teilnehmer zu arbeiten beginne, dann bitte ich den nach vorne, dass er oder sie sich neben mich setzt. Und ich bat sie im Moment einfach zu verharren. Und habe das dann so auf mich wirken lassen, einfach wortlos. Und plötzlich hatte ich so als innere Bilder ein Szenario, bei dem Bomben vom Himmel fielen. Und ich habe sie dann gefragt, ob das irgendwas mit ihr macht, vom Himmel fallende Bomben. Und dann sagte sie, ihre Großmutter war mit ihrer Mutter schwanger im Zweiten Weltkrieg. Und sie weiß von ihrer Großmutter, dass die aufgrund von Bomben des Öfteren in Bunker geflüchtet ist, flüchten musste. Und für mich war gefühltermaßen klar, dass mutmaßlich die Angst der Großmutter einfach ihren Weg gefunden hat, über ihre Mutter zu ihr. Das kann man jetzt glauben oder nicht. Jedenfalls habe ich dann mit dieser Frau an diesem Wochenende gearbeitet. Was ich da gemacht habe im Detail, weiß ich nicht mehr. Im Regelfall ist meine Erinnerung an solche Details ganz schnell weg, weil die auch irrelevant sind. Also natürlich nicht für diesen Menschen. Für diesen Menschen macht es einen riesen Unterschied. Aber da praktisch jedes Coaching, jede Familienaufstellung einzigartig ist, ergeben sich für mich praktisch die Dinge, die da einfach zu tun sind. Und so wie die sich irgendwie ergeben, sind die danach dann aus meiner Erinnerung oft ausgelöscht. Und in diesem Sinne eher irrelevant, relevant, aber relevant, ist, dass die Frau eben auch wiederum von da ab komplett symptomfrei war. Wenn man diese Geschichte jetzt so in einem Buch lesen würde, dann würde man sagen, unglaubwürdig. Wenn ich die so erzähle, dann ist sicherlich der logisch-rationale Teil in dir auch mit hoher Wahrscheinlichkeit geneigt, zu sagen, naja, das ist sehr unglaubwürdig. Ganz viele Themen, mit denen Klienten zu mir kommen, die sind ja unglaubwürdig bzw. sind logisch-rational oft ja nicht erklärbar oder vielleicht erklärbar, aber jedenfalls waren sie über die Jahre hinweg coachingresistent und oft auch therapieresistent. Ich habe viele Klienten, die mit ein, zwei, teilweise drei abgeschlossenen Psychotherapien zu mir kamen, weil das Symptom immer noch irgendwie nicht weg war. Und ich will nicht sagen, dass ich all diese Symptome dann lösen konnte, aber viele und vor allem relativ viele Symptome in einer Sitzung, die teilweise eben jahrelang resistent waren oder die auf andere Therapien und Coachings eben nicht angeschlagen haben. Ja, das ist so ein Beispiel aus meiner Praxis. In Bezug auf das Migräne-Beispiel vielleicht noch kurz. Ganz oft erlebe ich, dass wenn Mensch die Entscheidung getroffen hat, sich mit einem Thema professionell auseinandersetzen zu wollen, dass dieses Thema dann oft noch mal richtig hammerhart zuschlägt. Und auf dieses Konto würde ich praktisch dieses Erlebnis von dieser Frau verbuchen, dass sie eben migränemäßig dann noch mal so gebeutelt wurde, dass es zunächst den Anschein hatte, als wäre es unmöglich, mit dieser Frau zu arbeiten. Und ich würde sagen, ich erlebe es relativ häufig, dass ein Teilnehmer vielleicht freitags abends noch zu mir kommt und dass dann aber zum Beispiel über Nacht eine Grippe so hammermäßig zuschlägt, dass dieser Mensch einfach an diesem Wochenende nicht arbeitsfähig ist, sodass derjenige dann ein paar Monate später zum Beispiel noch mal kommt. Und ganz oft bekomme ich dann das Feedback, dass dieser Mensch im Vorfeld zum ersten Wochenende, wo derjenige mich noch gar nicht kannte, irgendwie das Gefühl hatte, ja, er will dieses Thema bearbeiten, aber irgendwie geht es noch nicht. Und die Psyche oder was auch immer scheinen dann, ja, die Notbremse zu ziehen. Und dann ist es aber eben nicht so, dass sich nichts tut, sondern ganz oft ist es so, dass ein Thema, was für diesen Menschen gefühltermaßen dran ist, hochkocht und diesen Menschen gefühltermaßen in eine Art Vollwaschprogramm hineinpackt, sodass die Psyche schon alle möglichen Verrenkungen tut. Und meiner Leben ist dann oft, dass wenn dieser Mensch dann bei mir ist, egal ob in der Familienaufstellung, im Selbstbewusstseins-Training oder im Coaching, dass dann das Thema oft relativ leicht bearbeitbar von mir ist. Wobei, wenn ich von relativ leicht spreche, ich schaue ja auf 19 Jahre Praxiserfahrung zurück. Im Grunde habe ich an jedem Wochenende Teilnehmer da, mit denen ich eben sehr, sehr intensiv arbeite. Insofern, ich habe es noch nicht nachgerechnet, aber da müssten etliche tausend Stunden an Praxiserfahrung plus Ausbildung zusammenkommen. Und in diesem Sinne erlebe ich es oft relativ leicht und manche Teilnehmer erleben das, ja, Zauberei ähnlich. Ja, soweit diese Erfahrung aus meiner Coaching- bzw. Familienaufstellungspraxis. Vielleicht hast du schon mal irgendwas Ähnliches erlebt. Vielleicht kennst du jemanden, der irgendwas in die Richtung erlebt hat. Schreib mir gern unter dieses Video in die Kommentare, was du da so erlebt hast. Oder ja, vielleicht gibt es irgendwie ein Thema bei dir, wo du das Gefühl hast, es wäre so langsam an der Zeit, dass du dich dem stellst. Schreib gern das Thema hin. Das ganz, 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 ganz typische übrigens, wenn es um sogenannte systemische Themen geht. Das ist, dass man dieses Thema oft nicht in Worte packen kann. Man hat irgendwie so ein dumpfes Gefühl. Viele Menschen erleben es dann sogar so, dass wenn sie dieses Thema erklären wollen, sie den Eindruck haben, sie können gar nicht mehr klar denken. Manche fühlen sich dann so, als wären sie irgendwie in so eine Art lähmende Watte gepackt. Die einfachsten Dinge gehen kopfmäßig vorübergehend nicht mehr. Und zwar eben typischerweise dann, wenn diese Menschen versuchen, ihr Thema in Worte zu packen. Und dieser Mensch ist möglicherweise im Beruf ja, Universitätsprofessor und hellwach. Und in dem Moment, wo er sein systemisches Thema versucht, in Worte zu packen, da kann es eben sein, dass er plötzlich den IQ von einer Stubenfliege hat. Für den Moment. Und das ist eben ganz, ganz oft ein Symptom dafür, dass es um ein Thema geht, was mit normalen Coaching-Techniken und was, ja, was mit normalen Coaching-Techniken nicht lösbar ist. Egal, wie erfahren dieser Coach ist. Und da braucht es eben oft eine spezielle Vorgehensweise. Und meine Erfahrung ist die, im Regelfall, was es dann braucht, das sind sogenannte systemische Vorgehensweisen, wie zum Beispiel die der Familienaufstellung. Ja, soweit dazu. Ich bin sehr gespannt, was du mir dazu schreibst. Ansonsten, wenn dir dieses Video gefallen hat, zeig es mir bitte mit einem Daumen hoch. Abonniere diesen Kanal, falls noch nicht geschehen. Ich bedanke mich recht herzlich. Für deine Aufmerksamkeit und werde auch in den nächsten Tagen immer abends um 21 Uhr live auf Sendung sein. Freitags bereits um 16 Uhr. Bis dahin. Mein Name ist Matthias Schwemm. Ne. Untertitelung des ZDF, 2020